Ja hallo, mein Name ist Andreas Ritz und willkommen bei meinen Hippie Weltraumschnecken, die sich gerade im Krieg gegen das Oskosch Common Worlds befinden. Warte mal, ich bin schon drauf, gehen wir mal kurz zurück. Die brauchen wir, glaube ich, nicht upgraden, denn das würde eh nicht helfen. Ich muss mal kurz hier gucken. Die Flektoren. So, gehen wir mal wieder zurück. Geht ihr immer noch? Da brauchen wir mal so einen hier kurz noch. Und dann schicken wir den mal da hin. Man kann das Ding sich nicht umbewegen. Schade. So, dem wir gehen jetzt mal hier hin. Schlubber, klasse. Oh, haben wir sogar schon einen. Cool. So, vier, drei, zwei, eins. Achsch. Okay. Hier, geht's Plan. sie 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 sind aber immer mal platt Situation log updated. Gewonnen. Die erste pelagische Exkursion. Wie heißt mein Bruder? Oberlin. Oberlin. Flötting. Der kriegt einen neuen Anführer. Staatskunst. Anführer. Artikel. Anomalie. Dann springen wir zu dem. Der erforscht das. Und dann gehen wir wieder da hin. So. Und da bauen wir weitere davon. So. Und wenn wir dann ungefähr 1000 haben. Dann greifen wir an. So. 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 Okay, dann müssen wir doch noch eins bauen. Elf Tage. Yay. Neuerwelt bauen von dem einen. Oh Gott. Diese Unterlegung. Na gut. Können wir es ja dann noch mal probieren. So, das beschleunigen wir. So, das beschleunigen wir. Dann gehen wir da hin. Und jetzt kommen sie. So. Dann legen wir mal wieder los. So ungefähr. Jetzt machen wir mal langsam. So, wir haben hier eigentlich noch Zeit. Okay. Nice. Cool. Oh. Cool. wahrscheinlich zu tata 6 stück 8 9 10 1 führer mann nicht ziehen wir uns zurück reparieren stücken auf 14 haben wir davon sechs weitere so auch hin der Zwischenzeit fertig Ah, jetzt ist der Anführer gestorben. So, nehmen wir den. Dann beschleunigen wir das mal wieder. Okay. Das haben wir erforscht. Pusionsenergie. Ah, cool. Schließen. Dann können wir nämlich jetzt... Feuerradern. So. Dann gehen wir hier wieder rein. Die Korbetten. Können wir hier noch ein paar Defektoren reinstellen. So, dann speichern wir das. Ja. Und genau so machen wir es bei der Klasse. Bei der. So, dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Und Deflektoren. Dann noch den da hinbauen. Speichern. Ja. Schauen wir, dass wir das noch upgraden können. Ah. Gehen wir nicht auf den Keks. Das ist natürlich auch komische Viecher. Warum? Grenzkonflikte. Ach, die doch. Ach, die doch. So. Das. Das. Das verbinden wir. Und dann brauchen wir noch ein paar von den Schluboks. Das. Das. Das war's. ok dann ist der die zeit für das video auch gleich wieder vorbei unterlegen und das nächste schiff konstruktion noch ein paar oder nehmen das jetzt immer in den ist Sektor das ist konstruktionsschiff ich glaube ich auch mal verbessern Speichern? Ja. Dann Kolonialschiff. Speichern. Das Forschungsschiff noch. Okay. Da kann man auch nichts machen. Dann sagen wir mal wieder das. Dann gehen wir hier hin. Der kann auch schon mal hierher kommen. Und dann, wenn die hier sind, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, greifen wir im nächsten Video den Planeten an, beziehungsweise diese Militärwerft. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020